Wo zur Hölle kommst du denn her? In der anderen Richtung. Lichter, Kerzen, Kerzen, Licht. Ein Shop, gut. Da unten konnten wir noch lang. Und deshalb will ich hier mal schauen, ob hier noch irgendwo etwas ist. Plasma. Energie. So, gut. Dann können wir jetzt schon mal wieder am Shop vorbeischauen. Shop, shop, shop. Ich glaube, heilen müssen wir uns nicht unbedingt. Die paar Kratzer, die könnten wir schon ab. Ist gut. Ich will nur einkaufen. Du kannst ruhig weiterschlafen, oder? Ja, ja, ja. Suchergewehr, okay, haben wir auch. Suchergewehr, hochmodernes Aufklärergewehr mit Präzisionszoom. Da das hier fast schon eine Zombieapokalypse ist, lohnt sich das wohl nicht so sehr. Drücke linke Maustaste, um eine Kugel mit hoher Reichweite abzufeuern. Sekundärfeuermodus. Drücke Leertaste, um in den Zoom-Modus zu schalten und das Schadenspotenzial zu erhöhen. Was nicht sehr spektakulär zu sein scheint. Werkzeuge zum Anbringen von Kontaktminen. Hm, Fallenstellung. Einzelne Kontaktmine anbringen und, äh, um die zuletzt angebrachte Mine zu entschärfen. Und zu bergen. Auch nicht so dolle. So, Strahlenmunition und... Rippo. Strahlenkanone. Hm, nee. Erstmal, wo ist denn meine Maus? Zum Navigieren. Ja, ich will jetzt aber eigentlich schon gern verkaufen, ne? Wie? Ach, so ging das. Haha, haha. Lalalala. Das ist schön, so. Blepp, blepp, blepp. Die Harpune, die haben wir da. Schön. Und die Ripper-Klingen, die brauchen wir nicht. Äh. Wenn wir ein Medipack übrig haben, bleibt das erstmal noch. Halt einen mittleren Teil, das ist ganz gut. Ach ja, und das, was wir so noch haben. Hm, das ist gut. Ähm, wie komme ich denn jetzt... Ach, das ist so... Krampf. Äh, okay, wir machen einmal... Ah, ich bin noch besser. Okay, das hat alles eine Zeit gedauert. Detonator. Ich weiß nicht. Hm, um mein Blatt mit Torgeschwindigkeit abzufolgen. Sollen wir mal den Ripper nehmen? Den Ripper? Aber für den habe ich jetzt schon verkauft. Nein, nein, nein. So, nicht genug Credits. Ja, scheiß drauf. Bäh. Und? Steht hinter mir etwas? Guten Morgen. Nee. Nicht. Ihr seid langweilig geworden. Ah. Ah, mehr Action. Langsam kann ich ja echt durchraschen und... Raschen. Raschen. Wir können einfach durchrennen. Ah, doch. Was bist du? Komisch, Vieh. Was? Das ist komisch. Aber wenn ihr nur hochspringt und explodiert, ihr seid keine Gefahr. Das ist noch komisch. Okay. Bewegt sich das? Nein, hier ist kein Tentakel, oder? Okay. Okay, anscheinend brauchen die zwei Hits. Nichts. Woop. Just in case you might be an enemy. Just like you. Just like everything that is living here. Nothing important left. Nichts. Das hört sich an, als wäre hinter mir noch was. Oh, ei, 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 ei. Okay. Äh, hab ich eben gesagt, wir brauchen das nicht? Ich hab mich geirrt. Nein! Nicht schon wieder. Oh, fuck. Ah, hallo, Rie. Da bist du auch... Zwei? Hab ich was verpasst? Egal. Gut, gut. Energie. Ja, momentan haben wir ja noch genug. Öffnen tut das sich automatisch. Du, 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 du. Wir schauen später, was das alles ist. Haben wir alles aufgenommen? Alles, alles, alles. Okay, schauen wir mal nach. Ähm. Äh. Nicht ernsthaft, ne? Ihr habt mir jetzt was zum Verkaufen gegeben. Oder waren das wieder Schemen? Schemata. Äh. Ich hasse euch. Ob auf dem Rückweg jetzt noch was kommt? Hm, ah, schade. Nö, anscheinend gerade ein bisschen langweilig hier, weil hier einfach nichts passieren tut. Okay. Na, verkaufen wir einfach mal den ganzen Spaß. Inventar. Verkaufen. So, Stase Packs. Haben wir zwei. Die könnten... Hm. Ja, mit Tabulator geht nicht alles. So, ich werde jetzt mal versuchen, in brenzlichen Situationen öfter Stase zu benutzen. Weil das scheint ja doch eigentlich eine recht gute Idee zu sein. Wieso wechselt die Musik? Leicht. Das war's aber nicht du. Da war was anderes, was viel mehr komische Geräusche machen tut und tutet. Egal. Gehen wir eben mal zurück, Bank Bench. So, und... Hm. Trefferpunkte... Schaden. Was war nochmal Schaden? Äh, Schand durch Aufspießen. Na, ist jetzt nicht so doll. Oh, und Lebenspunkte kriegen wir erst wieder hier hinten. Ähm. Okay. Okay, schauen wir uns mal. Da sind ja ziemlich viele Sachen. Machen wir mal das, was wir gerade am besten können. So, am besten sparen wir hier. So, und setzt das Ziel nach einem Treffer in Brand. Und, ui. Yes. So, dann haben wir... Jetzt brauchen wir noch drei. Und den Plasma Cutter zu kompletieren. Um ihn... Perfetto zu machen. Ein wunderbar. So, können wir endlich weiter reisen. Dann... Dance. Dance. Make some moves. Make them quick. You don't say. Ach, kacke. Hm. Habe ich verstanden. Ich würde auch gerne gehen. Aber, wie ihr seht... Ja. Äh, das ist doch... Das ist doch alles abgekartet. Die wollen das so. Oh, es ist so dunkel. So. Dabei habe ich letztens wahrscheinlich... Äh, wahrscheinlich. Ich sage irgendwie zu oft. Wahrscheinlich habe ich das Gefühl. Ähm. Sauerstoff aktiv. Ja, das macht Sinn. Aus. Oh. Ja, nämlich... Isaac Clark. Hm. Auf der anderen Seite haben wir noch eins. Fast. Doch. Juhu. Und wenn wir jetzt mal nicht auf Gegner treffen. Hahaha. Tschüss. Hui. Da unten brennt's auch. Ach, ähä. Da oben. Kann ich da irgendwas rausziehen? Nee, aber ich steuer leicht darauf zu, was mir nicht gefallen mag. Das sieht gut aus von hier oben. Hm. Hä? Ach so, das ist dann wieder Landen. Stimmt. Ich hab das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Ja, und da hier nichts Besonderes ist, muss ich jetzt eigentlich noch den Letzten finden. Ist der hier auf der anderen Seite gewesen? Nee, oder? Deaktiviert, deaktiviert. Ja, aber das brennt immer noch ziemlich gut. Was haben wir denn hier unten? Das ist verschlossen. Was fehlt denn noch? Ich bin gerade ein bisschen ratlos bei diesem Rätsel in Anführungszeichen. Schauen wir mal weiter oben nach. Aber hier kommen wir anscheinend auch nicht... Haha! Waren wir glatt an dieser Stelle nicht gewesen? Auch gut. Ja, da hätte ich... Alles klar. Und welche Feinde kommen jetzt hier an? So, oh, da habe ich doch was gesehen. Haha! Ich habe richtig gesehen. Ah, dich habe ich nicht gesehen. Unhold! Elendiger! Unhold! Ich habe aber keine Luftpakete. Müssen wir einfach hier durch? Da habe ich doch eben was gesehen, ne? Ja, dich! Guck mal her! Ah, es ist... Es ist so... So. Es ist so still. Wir haben nur noch eine Minute. Wir haben nur noch eine Minute. Der Sound ist wieder da. Ach, ich... Ich würde da wahrscheinlich... Zumindest für... Die Stelle... Im echten Leben wahrscheinlich... Eine Krise kriegen. Einfach weil ich nichts höre. Und ich jetzt nicht wüsste, Ob mein Gehör kaputt ist. Oder ob's... Hier! Was? Hast du mich... My life! My life! Was hat er gemacht? Au! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe zwar vermutet, Dass da einer drin ist. Ich wollte schon sagen, wusste. Aber wo soll ich das wissen, Wenn ich das Spiel blind spiele? Ja, wehe, du stehst auf. Isaac, die Schritte. Er will, dass ich die Schritte befolge. Schritt 1. In die dunkle Maschine kriegen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss. Hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn. Schaffen Sie das? Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Ja, was tust du? Ha, ha, ha. Ach, du bist das nur. Hm. Okay. Äh, das sollte man zerschießen. Damit man da durchkommt. Schön. Lichtlein. Energieknötchen. Das sieht nicht gesund aus. Gesund ist anders. So, und bevor wir nochmal sterben. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bestätigen. Ja. Wunderbar. So. Schön und gut. Einfach geht's weiter. Weiter geht's. Einfach. Einfach. Nein. Ich hasse euch, Entwickler-Team. Ha. Das erinnert mich an eine Stelle, wo wir ja schon mal hochgegangen sind. Was bist du? Detonator-Mine. Ja. Für so eine Art Labyrinth könnte man das... Ihr seid langweilig. Hätte man das wirklich gut gebrauchen können. Bein. Wir stehen. Wo wir müssen, wo wir wissen, was wir sind. Wir kijken. Was bist du? Was ist da so ein Mensch. Warstvar.